So, hier sind wir wieder bei veganistan.tv. Und Anki und ich, wir waren... Darf ich eigentlich zu dir offiziell Anki sagen? Ja, Dicki. Noch. Wir waren einkaufen. Wir haben ein wenig gekauft. Also ihr habt uns ja richtig viel geschrieben, was wir alle so, oder was er alle so essen soll. Und deswegen waren wir ja richtig fleißig. Möhren, Verdienchen, Spinat, Herbsen, Bohnen... Zuckerrüben. Genau, die haben wir vergessen, die Zuckerrüben. Weil jeder hat ja irgendwie doch so ein bisschen Bedarf an Zucker. Und da kannst du jetzt in dem Moment nicht ganz so viel mitmachen. Aber von der Fläche müssen wir es ja doch irgendwie kriegen. Ja, und du hast es ausgerechnet, wie viel Kilo Zucker verschlingt? Ja, also ich habe mal ein bisschen recherchiert. Also es sind immer noch um die 35 Kilo Zucker, die jeder Braucher quasi in einem Jahr zu sich nimmt. Über Getränke und sonst was. Und die müssen wir ja hier auf dieser Fläche auch anbauen. Die kommen ja auch irgendwo her. Entweder aus dem Zuckerrüben aus Basile oder Zuckerrüben aus Deutschland. Ja. Deswegen Zuckerrüben. Zuckerrüben. Machen wir auch. 35 Quadratmeter. Das schneiden wir raus. Genau. Zuckerrüben, was hatten wir denn noch? Genau. Und ganz lustig oder interessant war, die Albert Schweizer Stiftung hat mich angeschrieben. Ist aufmerksam geworden auf dieses Projekt. Und hat mir ein paar Tipps gegeben, wo ich mich informieren kann. Und so ein paar Connections rübergeschickt. Ein bio-veganer Anbausverband aus Griechenland. Aber die haben sich auf etwas andere Sachen beschränkt. Wir versuchen das hier mal auf unsere heimische Art und Weise. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ist hinter uns dieses Ding? Dieser Gruber. Und zwar habe ich ja den Vorteil, dass ich Maschinen habe. Und deswegen dürfen wir ja auch so ein bisschen moderne Maschinen einsetzen. Sonst wüsste ich ja zudem, dass ich noch wenig esse und auch noch mehr arbeiten. Und deswegen bearbeiten wir vegan ist dann jetzt gleich mal mit dem Gruber. Der Gruber lockert ganz, ganz tief. Komm, wir gehen mal kurz rüber, der kleine Mann. Jetzt komme ich ja zu dem, was ich am liebsten mache, euch Maschinen erklären. Das ist mein kleiner, lieber Trecker. Fendt 412, eine Rakete. Klein, aber oho. Und dann haben wir hier unseren Gruber. Das ist ein Mulch-Gruber. Seht ihr? Der hat extra so gewendelte Schare vorne dran. Den ziehen wir gleich ziemlich tief hier durch, durchs Land. So geschätzt auf 25-30 cm. Dadurch wird der Boden einmal hochgehoben, bisschen gelockert, gewendelt und mischt sich dadurch ganz gut durch. Und das ist quasi die Saatmitbereitung für mein veganes Tarn. Genau. Und jetzt fängst du mal an, ne? Weil der Tag ist kurz. Okay. Und wir hatten ja ja letztes Mal schon ausgemessen hier unsere Markierung, wo was steht. Aber da muss ich jetzt ja grubbern. Und damit das nicht verloren geht, habe ich mir gedacht, ich setze so Messposten hier rein. Die kann man so mit dem Fuß eben so ein bisschen... Ich finde das so viel originaler. Seht ihr? Ja, ja, ist original. Da ist der erste Messposten. So, warum machen wir das überhaupt, diese Bodenbearbeitung? Weil wir dadurch den Boden locker belüften. Und dann können die Wurzeln nachher besser eindringen. Das Wasser kann besser hoch und runter arbeiten, zirkulieren. Und gerade was draufsteht, wird jetzt schon mal rausgerissen und geht dadurch kaputt. Eine Flugschicht wäre jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen sinnvoller, weil das Unkraut dann verbuddelt wird. Aber wir werden nochmal mit einem flachen Grubbernador hereiern, um das Unkraut wegzukriegen. Und der Fähn ist halt, da müssen wir aber auch erzählen, dass das jetzt hier nicht so effektiv ist. Normalerweise hat man ja größere Flächen und kann dann effektiver durcharbeiten. Wir können jetzt nicht alles, wir können nicht effektiv und regional gleich weg. Ja, das ist auch so eine Geschichte, warum sich so große Strukturen entwickelt haben. Je mehr Fläche man bearbeitet, desto günstiger kann man natürlich am Prohektar arbeiten. Die Maschinenkosten teilen sich durch weniger Wendezeiten, Arbeitszeiten und Rüstzeiten reduzieren sich immer. Ja, genau. Also so. Liebe Anke, wolltest du irgendwas sagen? Ähm, nein. Sie meinte gerade, hier wäre es ungerade. Ja, also wenn ich das jetzt noch nachhaken muss. Du musst haken, genau. Du bist der Anbau-Spezialist im Veganistan. Also, wir haben jetzt die Fläche bearbeitet hier, wie es euch schaut. Und dann können wir bald loslegen. Bohnen und so können ja auch schon mal, oder sein Sellerie und so. Die können schon rein, ne? Und was säen wir denn jetzt? Dicke Bohnen. Dicke Bohnen. Aber, weißt du was geil ist an dicken Bohnen? Nein, die sind lecker. Mit Speck. Haha. Also, Tag eins ja auch Saat. Die dicken Bohnen werden heute gelegt. Wir haben gerade nochmal da mit dem Grobber da, seht ihr? Der Saat wird schön bereitet. Ganz schön flüffig und krümmelig gemacht. Jetzt haben wir eigentlich eine ideale, feuchte Erde. Und jetzt bereiten wir die dicken Bohnen vor. Weil da ist der Saatzeitpunkt, ist Februar bis März, ne? Und das haben wir jetzt. Und deswegen kommen jetzt die dicken Bohnen rein. Ich mag sie auch echt gerne. Vielleicht gibt es auch einen Speckersatz. Weiß man ja gar nicht. So, die dicken Bohnen, die werden jetzt 15 Meter tief gelegt. In einem Reihenabstand von 40 Zentimeter. Ganz dunkel. Und wie viel Platz muss zwischen den Pflanzen bleiben? Zehn. Also, verschieden. Keine Ahnung. Oder in Horsten. Oder fünf. Horsten. Wir machen keine Horsten. Horsten gibt es genug auf der Welt. Wir machen keine Horsten. Sollen wir einen Weg anfangen? Ja, ne? Sollen wir einen Weg anfangen? Einen Weg? Einen Weg. Wir haben übrigens die Bohnen jetzt hier in Wasser gelegt, damit sie schon mal vorkeimen können. Und man kann schon die ersten kleinen Keimlinge sehen. Sie da? Mann, der dunkel. Da sind keine. Die riechen schon lecker. Au! Die Anke macht gerade mit Spezialwerkzeug. Fünf Zentimeter tiefe Löcher in den Boden. Aber man kann da mit Etikett genau nachgucken. Da ist fünf Zentimeter. Und ich mache hier die Bohnen rein. Wo war ich denn? Oh, ist ja dunkel! So, ich mache hier die Bohnen rein. Buschbohne? Buschbohne, rein mit dir. Das ist eine Buschbohne. Okay. Das ist eine Puffbohne. Eine Puffbohne. Puffbohne. Die Bohnen müssen feucht gehalten werden. Das ist wichtig. Wann machst du da, Anki? Mit einem original genorten Lochmaß löckert sich jede Erde. Das sollte ich mir patentieren lassen. Was machst du denn da? Du musst ja die Löcher auf dem Strich machen. Das sind Puffbohnen. Der hat sie voll neben dem Strich gemacht. So. Ist schon ein bisschen später geworden. Die sind aber jetzt fertig. Die ersten Bohnen sind drin und wachsen schon ein bisschen. Morgen geht's weiter mit Spina. Guck mal. Jetzt sind wir gerade am Schwarzwurzelsähen und wir haben hier so ganz kleine Dinger. Das sieht aus wie abgebrochenes Gras. Und da liegen wir jetzt alle fünf Zentimeter einen von hinten. das ganze in einem abstand von 30 cm in zwei reihen eine absolute idiotenarbeit ich denke dass es in der industriellen bio veganen anbauschiene da bestimmt maschinen für gibt oder mein zu anki also das ist schwarzwurzel lecker zeug aber extrem lässig zum säen also du bist ja noch nicht bei möhren und so angekommen ist ein möhren noch schlimmer du scheiße ok weiter geht's anker hat nämlich so eine vollgeile anbauplanung betrieben wir fangen da oben an zuckerrüben ringelblumen kartoffeln und dann wird es hier puffbohnen bohnenkraut schwarzwurzeln salat kerbel zwiebeln voll cool ich vertraue dass ich satt werde wenn ich bist du verantwortlich einfach genommen weil lecker aussieht mhm der rest erledigt sich von alleine ha 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 anki was meinst du da ja witzig ist das pflücksalat den du da raussäßt ja mhm na hier aufpassen wächst dieses band auch so wenn denn das verrottet ah ok voll ökologisch also da sind jetzt quasi einzelnen körner in reihe eingesät ja das ist bedeutend einfacher dann ne für den gärtner von heute und wir machen jetzt zwiebeln oder was machst du da benutze ich diese multifunktionswerkzeuge um exakte löcher zu machen für die saattiefe der zwiebeln ah zwiebeln 8 cm abstand und 3 cm tiefe so jetzt haben wir die letzten möhren gesät nicht mehr per maß äh saatbarn sondern Einzelsamen und können wir das erkennen wir haben sich so drauf gestreut hier und jetzt wird noch ein bisschen zugemacht und äh joa dann kann es wachsen Arbeitszeitbedarf für die 50erarbeiter die ich jetzt ausgesät habe ähm circa eineinhalb stunden mit grubbern mit gerade ziehen mit steinen nach suchen tschüss tschüssi Oh Joah Ah Oh I gotta know da Das Alles è Wie 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 Wie